Da ist der Dominik, ich melde mich vom neuen TV-Spot für die neue Kampagne. Wir drehen da in der wunderschönen Natur und damit die auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt, ist wichtig, dass wir alle was dafür tun. Und eines kann ich euch auch versprechen, so viel laufen wie bei dem Dreh, bin ich noch nie bei einem Dreh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.